Nach Gerüchten, Matthias Höhn und Michelle sind getrennt Jetzt bestätigt Michelle die Gerüchte Bereits im vergangenen Jahr kamen Vermutungen auf, dass sich die Influencerin und Matthias Höhn, 27, getrennt haben Dazu hat er sogar ein Statement gepostet, löschte es jedoch kurz danach wieder Heute löschte Michelle dann alle gemeinsamen Bilder von ihr und ihrem Freund, kurz danach macht er es ihr gleich Daraufhin häuften sich dann die Spekulationen einer Trennung erneut Und jetzt die Gewissheit, Michelle bestätigte das Beziehungsaus Ja, wir sind getrennt, schrieb die Schönheit heute in ihrer Instagram-Story Musik Musik Da Matthias gerade bei der Show prominent getrennt mit seiner Ex-Freundin Jene Farelli teilnimmt, kommen natürlich Spekulationen auf, dass er sich in der Stadt verabschiedet hat Ich weiß, dass das der Grund für die Trennung sein könnte Doch die dementierte Michelle direkt Ach so und es geht hier nicht um prominent getrennt, sondern um private Dinge Musik